Kann ich das auch schneiden? Ja, jetzt kann ich das auch schneiden. Ob in der Hochsaison oder in der Vor- oder Nachsaison. Aber der Preis ist massiv tiefer. Jetzt sollt ihr sagen, der Preis ist massiv tiefer. Aber der Preis ist... Jetzt kann ich hier... Man sorgt dafür, welche Kurve, welcher Wolkenkratzer, welcher Buchstabe öppen ist. Das grüne Strich in der Mitte ist wie der Tonkopf im Tonband. Kann ich hier links und rechts grün markieren? Und fortspicken? Der Preis ist... Der Preis ist... Das ist noch zu viel. Der Preis ist massiv tiefer. Der Preis ist... Der Preis ist... Jetzt stottert ihr da noch. Der Preis ist... Der ist... Da ist der M. Jetzt habe ich das grün markiert, was da zu viel ist. Mal hören, wie es klingt, wie es fortgeschnitten wäre. Der Preis ist massiv tiefer. Nicht schlecht. Der Preis ist massiv tiefer. Und... Und... Das ist... Das ist pers角 ribs. Und! Ich hatte sicher... Auf Wiedersehen. Der ist nämlich am wenig arm living. Ich bin tot...